moin moin ich bin sowas von nicht bereit online battle spiel erstellen selber selber regeln wie vorher er hat dreimal reigeki ist doch unfair hallo kommst du ja moment eigentlich will ich ja gar nicht aber aber egal aber was ich hatte das eine spiel was ich gewonnen hatte da habe ich gut reagiert wie hast du dein bild geändert das geben beim deck bearbeiten ach so da dann aber bei dem einen habe ich mich gut gibt habe ich gut gemacht und danach habe ich mich gut gewährt mit der einkommen hier mit halb oder gar nicht das war doch clever hat mir aber auch nicht den arsch gerettet egal was ich klingel kommt sowieso sind böcke oder reiki nur zauberkarten gezogen so end phase so ich weiß nicht was das ist so fies ich habe eine kleine hand aber kein monster ich weiß nicht was ich ablegen soll einfach dich und du hast mir bisher noch nicht viel gebracht aber ja und ich schweren herzen ok ego schub abgeworfen das verwirrt mich immer dass du es geschafft mich zu verlieren bringt mir aber auch nicht viel ok weiter so so oder das war schocktunale ich ziehe und ich ziehe ein monster kom ok ich hätte es mal erst angreifen sollen nö nö weil du mit deinen drei rei gekis ey das war aber nur meine maske egal ich habe ja noch zwei schöne zauberkarten verdeckt und du sitzt wieder verdeckt ja ich habe sonst nicht gerade groß was ich spielen kann um auch auf deinen reiki zu reagieren oder so und jetzt ziehe ich einen stufe 5 monster ja ne ist klar weißt du was jetzt noch mehr monster das lohnt sich noch nicht für meinen reiki ich werde mal wissen was du auswählst welche karte von bei scheiß ich dachte er reagiert schon drauf in der minimo und raus bist du oh schade er hätte kein monster dabei liegen können hä was denn achso doch da lag man uns dabei weiter ok ja du ziehst ja keine karte das heißt du hast kein monster du musst dann reiki spielen gut ich hätte doch meine reiki liegen lassen können damit habe ich jetzt freies feld und jetzt brauche ich noch eine einzige bestimmte karte meinen stufe 5 monster zu beschwören ja ich habe ja nichts sonst zum spielen ich ziehe und ich ziehe die falsche das ist schon mal gut aber das ist doch mehr ein grund dass ich diese eine karte brauche also ich hatte dich jetzt im lichter brücken wir uns noch nicht spielen das wäre eigentlich verschwendung aber damit setze ich dich ein bisschen unter druck 2300 ok ich brauche meine pinguine jetzt muss doch meine pinguine mein schneemänner oder Wer sitzt hier wohl wem unterm Druck? Mhm. Habe ich überhaupt was? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe was. Was denn? Hm. Hör zu dem Fall, wir nehmen auf. Ja, ja. Danke. Du bist mitten in der Aufnahme. Mhm. Ist doch logisch. Ich kann sowieso nicht direkt angreifen, deswegen muss ich so machen. So, du greifst damit ein, also kann ich dann anderes zerstören, ne? Ja, aber... Moment. Ach, warum konnte ich das nicht aktivieren? Egal. Mhm. Gut. Dadurch hat der Monster noch 1.900 Angriffspunkte. Ja. Da geht sie so heimlich weg. Mhm. Auch gut, da brauche ich ja endlich die Karsche. Seelentausch. Dann, wo schwöre ich mal Ginso. Nee, ne? Der hat ja noch einen Ginso gezogen. Was für ein Schweineglück hat dieses Schweinearsch? So, mal gucken, welche Feinkarten du diesmal benutzt. Ja, Feinkarten bringen wir ja jetzt nix. Ich muss jetzt in die Verteidigung gehen. Warum habe ich jetzt kein Burn-Deck? Oh, shit! Gut. Was? Nein! Habe ich mir extra aufgehoben. Oh, okay. Das war gemein. Hoffentlich ziehst du jetzt kein Monster. Ich habe einen Monster auf der Hand. Äh, hoffentlich keine 1.100. 1.8. Was? Fuck. GG? Das ist GG. 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 Ich habe... Es ist keinem mehr vollständige Blamen Marge. Soll ich dir sagen, was ich auf der Hand hatte? Ja. Soll ich dir sagen, dunkler Magier des Chaos? Alter, ich habe einen Überläufer auf der Hand gehabt. Ich habe den dunkler Magier des Chaos auf der Hand gehabt. Oh, Alter. Verwalter. Letzter Sieg entscheidend. Das ist... Spannend. Letzter Sieg entscheidend. Öffnest du wieder? Sofort, ja. Ich bin eigentlich schon sehr lange aus Yu-Gi-Oh! raus, ne? Aber... Spannender als eine Magic-Draft bisher. Liegt aber auch vielleicht daran, weil du da bist. Ja. Die Aufnahme ist noch aktiv. Aber trotzdem, was ist? Let's go! Ich muss die Aufnahme hier kurz pausieren. Einen Moment. Da sind wir wieder entschuldigt, diese kleine Unterbrechung. Aber für euch geht es ja sowieso nahtlos weiter. Wenn ich das nicht... Ja, hoi! Gut. Letztes Match. Spiel erstellen. Selbe Regeln wie vorher. Puh. Ja. Beitritt. Oh, dass ich das noch ausgleiche, ne? Hätte ich nicht gedacht. Fortuna sei auf meiner Seite. Bitte, bitte, bitte. Da! Ja, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. 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 Waffen okay. Mach's einen auf dem Nächsten. Yep. Mhm. Mhm. Das vier hab ich auch. Dankeschön. Mhm. Gut. So! Als besseres hättest du nicht spielen können. Okay. Nein, oder? Ja. Nein! Oh, schade. Hey, warum krieg ich Schaden? Ich will's nicht zerstören. Warum hab ich Schaden bekommen? Durch Energie-Rieses-Effekt eventuell. Ach, ich weiß nicht. Hä? Ne, warte mal. Der Fakt von überall läuft. Ne, hä? Keine Ahnung. Hä? Was? Das versteh ich gerade nicht. Was? Die Karte hat eine Verzöbe schon bekommen. Ich will mal was. Falls du siehst, dass du die Stufen dabei hast. Falls diese Karte greift oder angegriffen wird, wird es zum Ende der Damage der besiegliche Effektschaden die du hältst zu Null. war überläufer das effekt nicht irgendwie mal dass man leist keine ahnung nein gar nichts ich weiß es nicht die kontrolle deswegen ja deswegen keine ahnung oder wie ich immer so schön sage alle hören mal der herr mal das ist voll fies ich habe sie jetzt mal emotionale einkaufsposition spielen sollen egal meine kraftrahmen meine schönen würfel oh jetzt macht er los holt er nix dies was oh warte aber ich kann wirklich von der bespürung ja sag ich ja achso utopia ja nur utopia wird nicht lange bleiben meinst du ja mein ich dann weiß ich schon was das ist noch ein pinguin ach pinguin ich meine Schneemann ja klar ist ein Schneemann ja genau Schneemann ansonsten fühle ich mich relativ sicher die betonung liegt doch relativ ah ok und tschüss egal ouch das hat mir getan so oder so du musst jetzt was ziehen um mich aus der reserve zu loggen ich fühle mich relativ sicher aber man zweimal zu der stufe 6 auf der hand ha gott sei dank jetzt bräuchte ich nur noch diese komische karte da um mein monster zu opfern ok spielst du diesen komischen hässlon ok ey nix ging freud wie gesagt noch fühle ich mich relativ sicher noch ernsthaft komm noch eine runde überlebe ich ist das sinnvoll aber eigentlich nicht nein ich muss druck aufbauen könnten nicht gegen was aktivieren nein man ey ich brauch halt komm dafür dass die vorigen runden so spannend und herausfordernd war oder und auch unfair komm schon bitte 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 really kein really oh wie knuffig ja ne was machst du gar nix ich greif mal direkt an oh wie süß ja ne wenn du nix machen kannst hab ich gewonnen ich hab nix lass mich doch eine runde überleben nein das muss ich jetzt kontern sorry aber danke für die extra karte wow ja wow will ich jetzt meine eigene monster töten oder was klappt leider nicht dafür ist es zu schwach aber ne info ich hab da unten feierliches urteil liegen das heißt hättest du seelentausch gemacht oder sonst was hätte ich das einfach mit der hälfte meiner lebenspunkte kontert wenn er das freet unfair unfair und verfahren gewonnen weil ich einfach nichts gezogen habe das gehört auch mal dazu Mit diesem Fast Mülldeck Habe ich nie gezogen Muss ich gucken Erstmal kurz Das Fiat Mini Hier habe ich nie Ich kann jetzt mal mein Deck schicken Ja ich zeige glaube ich auch in Discord Was mein Mülldeck quasi ist Hier das ist mein Deck gewesen Moment Moment Okay ich hätte meinen eigenen Angriff Annulieren können Okay schon man erkennt nicht alles Gut dann Ich hoffe der Draft hat euch gefallen Und vielleicht sehen wir ja nochmal einen Das werden wir sehen Wie und was Also dann Ich wünsch dir was Bye bye